Willkommen zu einem neuen So geht das Video und zu einem neuen Zwei-Zutaten-Videos, weil ihr die natürlich feiert und da haben wir gedacht, es wird mal wieder Zeit. Und ich habe mir ein Rezept rausgesucht für Protein-Bowls. Also diese Balls sind ja jetzt total angesagt, dass man solche kleinen Bällchen mitnimmt und die kann man ganz einfach selber machen. Die sind zwar nicht so unfassbar proteinreich, aber Haferflocken haben auch 13,5 Gramm Protein auf 100 Gramm. Ist nichts wenig. Also deswegen machen wir jetzt aus Haferflocken und Bananen kleine Bällchen, die ihr zum Frühstück oder für unterwegs einfach so mitnehmen könnt. So und das ist auch überhaupt nicht schwer. Ihr müsst nur die Bananen nehmen und die einmal schälen und in eine Schüssel reintun. Ich fange jetzt schon mal mit der ersten an. Die mache ich einfach so ein bisschen klein und dann zermatsche ich die richtig mit der Gabel. Und je reifer eure Bananen sind, also je bräunlicher die sind, umso süßer wird das später. Also am besten nicht so ganz grüne Bananen nehmen, sondern halt schon so ein bisschen angebräunte Bananen. Also die, die wir jetzt haben, sind wirklich noch nicht so braun, aber mindestens so wie unsere sollten sie schon sein. Das macht ihr jetzt so lange, bis so eine richtig schöne, flüssige Pampe entsteht. Ihr könnt natürlich da auch reinhauen, noch zusätzlich, was ihr wollt. Alles mögliche an Nüssen, alles mögliche an Beeren, alles mögliche an Gewürzen. Wir machen jetzt nur das Grundrezept, aber ihr könnt wie gesagt einfach reinpacken, was ihr wollt, weil das sind quasi zwei Zutaten, aus denen das auch sehr lecker schmeckt, aber da kann rein, was man mag. Das war die Eins, jetzt kommt die Zwei. So, zweite Banane und das Ganze macht ihr jetzt so oft, bis ihr so viele Bananen gemacht habt, wie ihr wollt. Ihr könnt das natürlich auch nur mit einer Banane machen, dann kriegt ihr wahrscheinlich so drei oder vier von den Bällchen raus. Ich mache das jetzt halt mit drei, weil dann habe ich ungefähr zehn Bällchen, glaube ich zumindestens. Und das ist eine gute Menge. So, punch, 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 punch. Also wie gesagt, das ist ein bisschen einfacher, finde ich, wenn man schon mal eine zermatscht und die anderen dann so nach und nach dazugibt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einem Mixer machen, aber dann müsste man den Mixer ja auch wieder sauber machen. Und da hätte ich zum Beispiel überhaupt keine Lust drauf. Und noch die dritte Banane. Ich mag Bananen. That's what she said! So, alles Stücki ist weg. Also es ist auch nicht schlimm, wenn so ein paar größere Stücke noch drin sind, weil dann habt ihr quasi so ein bisschen mehr Struktur in dem Ding, aber kann schon ziemlich flüssig sein. Und wenn ihr das geschafft habt und das Ganze eine sehr flüssige Form angenommen habt, könnt ihr damit noch so ein bisschen rumspielen wie ich. Und dann kommt da das Ganze hier rein, Haferflocken. Und zwar so viel, bis das Ganze eine gute Konsistenz ergibt. Und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Also erstmal so das Ganze einmal gut bedecken und dann miteinander gut vermischen. Das soll nämlich eine Art Teig werden. Wichtig ist, dass ihr zarte Haferflocken nehmt. Also nicht diese groben, sondern wirklich die, die schon richtig fein sind. Und dann lasst ihr das Ganze auch kurz einen Moment gleich stehen, damit die Haferflocken einweichen und sich besser mit den Bananen verbinden. Das Ganze muss halt am Ende so eine Konsistenz haben, dass ihr das zu Kugeln formen könnt. Also sollte schon recht hart in Anführungsstrichen sein. Jetzt habe ich in einem Video Bananen und hart in den Mund genommen. Also so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall noch zu flüssig. Da müssen auf jeden Fall noch ein paar Haferflocken rein. Also so bei der Konsistenz so ein bisschen Haferflocken geht noch. Und dann ist es aber auch gut. Jetzt ist mir da gerade ein bisschen zu klebrig. Also zwei, drei Löffel würde ich schätzen. Können da jetzt noch zu und dann, glaube ich, ist das ganz gut. Ihr könnt daraus eigentlich auch formen, was ihr wollt. Also ihr könnt daraus auch Kekse machen oder so. Aber ich finde halt diese Bowls, die sehen halt schon ziemlich geil aus. Das hier hat jetzt eine ziemlich gute Konsistenz. Es ist schon sehr Haferflockig, aber es ist trotzdem noch formbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es schon bröselt. Und das Ganze lasst ihr jetzt so für fünf Minuten einfach so stehen, weil sich die Haferflocken dann ein bisschen in der Banane auflösen können und das Ganze sich ein bisschen besser miteinander verschmiegt. Und dann werden die Bällchen geformt. So, ein paar Minuten später und das Ganze hat sich gut miteinander verbunden. Und jetzt kommt der spaßige Part. Jetzt nehmt ihr euch immer so ein... Eigentlich könnt ihr so viel nehmen, wie ihr wollt, aber ich nehme immer so eine gute Gabel. Nehmt das auf meine Finger und formt das einfach so zu Kugeln ganz vorsichtig. Das werden dann auch ziemlich schnell ganz süße Kügelchen. Und die legt ihr dann auf ein Blech oder bei mir auf ein... Was ist denn? Ein Gitter. Und dann macht ihr das mit der ganzen Masse. Und dann kommt das gleich kurz in den Ofen. Ihr könntet dann natürlich auch eine Kirsche reinmachen oder irgendeine andere Überraschung oder ein Stück Schokolade und dann hättet ihr einen flüssigen Schokokern. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. So, hab ich's euch nicht gesagt. Zehn Stück. Also ungefähr so drei bis vier aus einer Banane. Der hier und der, die sind ein bisschen fetter als die anderen. Aber ich finde, das ist auch sympathisch, wenn manche ein bisschen größer sind. Und dann ist das ein bisschen abwechslungsreicher. Jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Und zwar bei ungefähr 180 Grad für, ich würde sagen, 15 Minuten. Aber ihr müsstet mal ein bisschen gucken. Also die werden jetzt auch nicht dolle braun. Die werden einfach nur durch. Das heißt, so 15 Minuten ist eigentlich eine gute Länge. Das heißt, das kommt jetzt in den Ofen. 15 Minuten sind vorbei. Die kommen jetzt einmal raus. Das riecht herrlich nach Banane. So. So, meine Bällchen sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Die sind immer noch ein bisschen warm, aber nicht mehr kochend heiß. Und ich würde sagen, guck mal, die schwitzen ja noch. Jetzt wird es Zeit für den kleinen Taste-Test. Wobei ich sagen muss, ich habe die schon öfter zu Hause gemacht. Ich weiß, wie die schmecken. Mh, die sind auch warm. Wenn die 15 Minuten drin lassen, so mag ich die am liebsten, sind die halt innen drin noch so ein bisschen gooey. Ihr könnt die auch eine halbe Stunde drin lassen, dann werden die auch richtig trocken von innen. Aber ich muss sagen, ich mag das gerne, wenn ich noch so ein bisschen weiß bin. Ist nicht schlimm, also die müssen nicht durch sein. Zum Frühstücken-Folge her, ihr könnt das auch dippen in jeden Scheiß. In Nutella oder Erdnussbutter oder Sahne. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und wenn ihr das nachmacht, dann schickt mir doch einfach ein Foto bei WhatsApp. Die Nummer steht wie immer unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und falls jemand fragt, kann ich das statt der Banane auch mit einem anderen Obst machen? Ich würde sagen, ja. Vielleicht mit irgendwas, was auch so eine ähnliche Haptik hat wie Bananen. Also vielleicht eine Mango? I don't know. Aber ich glaube, mit Bananen geht das schon am besten. Das ist sehr lecker. Mmh.